So, herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Folge 11 mittlerweile. Jetzt zocke ich dich nicht, Scheide. Ach, endlich darf ich mal anfangen. Ich hätte jetzt als nächstes eh wieder anfangen müssen. Das ist ja sinnvoll. Achso. Wie du lauter scheiß musstest. Echt? Weiß ich nicht. Na gut, schauen wir mal, was rauskommt. Wo muss ich? Yes! Du fragst mich grad, welches Deck du hast. Wie so'n Arschloch-Deck, oder? Ja, natürlich. Das war klar. Nee, hab ich nicht. Ja. Ganz gut, das Ding. Ja, das ist Ansichtssache. Fix. Was ist das jetzt schon wieder? Zauberkarte abschweißen, dann könntest du diesen Effekt aktivieren. Aber nöööööö. Hehehe. Bin ja nicht blöd, weißt du? Nur mal 400 mehr. Äh, 500 eigentlich. Und für wenige Verteidigung, weil du da so nen Scheißdruck hast. Ja, pfff. Velhavi ist in dem Decktor, meine ich nicht. Meines Erachtens ist da nichts dran. So. Und nun viel Spaß. Das ist eine richtige Arschlochkarte, die ich da hab. Ha ha ha. Jetzt kann sich auch was gefasst machen. Ja. Ah nein, ich da schon wieder... Mhm. Aha. Tja. Ah. Äh äh. Was ist so ein Wichser, ey? Was konnten die Kosmon eigentlich nochmal? Keine Ahnung. Ich hab nicht schnell genug schalten können. Jetzt müssen wir angreifen. Hui. Ja, das muss schnell gehen. Das muss schnell gehen. Tja. Scheiß, wo ist die? Hm. Nein, ich möcht' da nix anhängen. Das ist jetzt schon wieder für mich. Und? Uh. So ein... Oh shit. Mhm. Kommt mal schlecht dran vorbei, find' ich. Ja, das geht jetzt nicht mehr auf den Stag. Ach Gott sei Dank. Wehe, wie du den Kapitel hast. Wehe. Warum? Weil du nix auf der Hand hast? Scheiße. Siehste, da hat man mal drei Sterne Monster und da hast du deine Scheiße. Ja, das ist jetzt nicht mehr auf den Stag. Naja, also ich mein... ... in gewisser Weise, ja doch. Nicht schlecht. Aha. Ausnahmsweise richtig. Was denn? Interessant. Was denn? Kannst du dich beschwören. Dauert halt noch ein bisschen. Dies. Alter Füchser. Was denn? Ist ja voll gemein. Ja. Du bist eine Drecksau. Nicht schlecht, was? Bist du eine Drecksau? Ich bin dran. Hui. Ich tausche die Attack und die Defense von den Monstern. Aktivieren. Hui. So. Schaut gut aus, würde ich sagen. Buku. Hm. Wabuku, wabuku, wabuku. Hm. Das ist auch eine geniale Frage. Willst du an die Schadensberechnung noch etwas dranhängen? Nein. Hallo? Äh, nö, oder? Zu knackt. Ich hab meine Handkarten gemischt. Wie gut das, wie gut das muss sowas kommen? Die Karte ist halt da, ne? Fifty, fifty. Kleiner Füchser. Haha. Haha. Was? Ach, ich deb. Ja, natürlich. Hätte ich machen können. Die aktivieren. Scheiße. Hättest du jetzt eine Karte abschmeißen müssen? Muss ich doch. Achso, cool. Dill. Eine von deinen Karten anklicken. Boom, weg. Ö, du Wichser. Halt, halt. Das ist der Dill. Reingepackt. Das war ja auch noch. Ich muss schon sagen. Du war eine Dreckssorge. Hm. Das Molimus bringt mir nichts. Defense. Hm, nö, das bringt mir nichts. Hm. Muuu. Na, 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 kommt was? Kommt was? Reicht schon? Reicht noch nicht. Weiß ich mal, lieber. Hast du Sicherheit? Ja, so leicht kann das nämlich nicht kaputt machen, wenn das Marsch war. Das ist richtig. Sicherheit geht vor, oder wie? Ja. Mhm. Jetzt wird's wieder gammelig. Wieso? Du bist so ein... Ich weiß auch nicht. So ein... Was hat denn kaputt gemacht? Du Wichser! Wie? Du hättest ja was dran... Du hättest ja was dran... ... hättest ja anketten können. Hm, wenn wir was anderes zerstören können. Hättest du direkt anketten können? Glaub schon. Das muss nicht. Kann sein, ja. Tch. Hehehe. So ein Drecksrecht. Ui. Ist das jetzt schon wieder... Auf die Hand zurück. Ho, fack dich. Der Hirn-Golem. Naja, so viel Hirn ist in dem nicht drin. Sag, wie viele Fallen gehabt hast denn du? Wieso? Weil du dir immer irgendwas klicken kannst. Ja, mei. Mach den nicht ins Hemd. Oh, du bist so ein Drexer. Echt unglaublich. Läuft! Lacker. Du hast mir scheinbar immer zu viele fünfsternige Karten auf der Hand oder so. Kann das sein? War das der Hitler? Wieso? Nix auf der Hand? Nein. Moooooment! Kann ich den weghau? Das ist jetzt schon wieder für ein schweres Effekt. Ey, du hast nur Effekt gehabt. Ey, geh mir auf den Sack! Probierma's mal. Was denn jetzt? Bing. Vielleicht geht's durch. Magina, wie viel kannst du denn jetzt beschwören? Ja, alle Spezialbeschwörungen. Hihi. Was ist denn jetzt? Das ist sauunfair, ey. Jawohl, hat gereicht. Er hat mir sogar 1400 sparen können. Ja, das machen wir jetzt noch. Damit du siehst... So viel mal will! Ja, das ist sauunfair. Das ist die größte Beschwörer, das ist sauunfair. So, da bin ich jetzt aber auch gnadenlos, du Trickser. So, dann wiederholen wir jetzt einfach das Deck nochmal, das mitstwillen. Ich will klarten. Ich fang an. Höhöh. Oh, ich will nur so gehen. Sack. Sau, so. Ja, schön für dich. So, alles belegt einmal. Wie man's halt machen will, ne? Schlappendricks. Ach, wir greifen an. Ach so, ich hab die aktiviert. Ich wollt's eigentlich nur legen. Mhm. Der wird ist natürlich ein bisschen problematisch. Yes, ey! Oh, schauen wir mal. So, die echt heftig die Axt, ne? Mhm. Ich find's ja nicht so scheiße. Ist so! Bi, 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 bi. Die ist scheiße. Bi, 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 bi. Der Cannon ist eigentlich ne Scheißkarte, find ich. Bringt gar nix. He, he. Du bist ihr, der wird immer seine Feinkarten aktiviert und dann... Oh, scheiße! Tja, macht nix. Ich wollt's denn keinen. Ja. Hm. Ähm. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Hm. Das mach schon. Mal so. Gleich wieder den. Das trägst dich wieder. Bin ich dran? Uhu. Ja. So. Ist. Es. Stollziehen. Ich find's, ähm... Hm, 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 hm. Sag, wie oft hast du dieses Rattenviech eigentlich im Deck? Dreimal, oder? Dreimal. So viel wie man's kann. Bist schon kleine Drecksache. Gau, ey, gell? Nichts zu ganz. Wenn ich da jetzt den Ninja weggeteilt hatte... Das wär natürlich blöd. Schon gern. Find ich. Was klickst denn nur so rum? Das da. Hm, da sind schon. Ja, aber dafür bleibt die erhalten. Ich weiß bloß nicht, ob das auch gilt, mit dem Zerstören. Na, bin ich mir nicht sicher. Das ist die Frage. Ja. Haha. Okay, gut, und das müssen wir halt wissen, ne? Tudum, psst. Bumm, bumm. Tudum, psst. Ah, das Ding schon wieder. Wieso das Ding ist? Habe ich sie insgesamt das erste Mal überhaupt gespielt? Ich weiß. Das Ding schon wieder. Das Scheißdreck stinkt. Du bist der einmal in der Bredouille hier, und da kann ich mir da nicht angehalten. Ja, für drei Runden! Ja, und? Ich weiß, warum. Es kommt right guy key. Buh! Du bist der Runde! Was? Und jetzt kommt's gleich. Ich seh's schon. Mal so... Das ist jetzt schon wieder. Ah, ja. Das war alles blöd vielleicht. Hätte ich vielleicht später machen sollen. Wenn du es dich finde, noch draufstehen, auch für jede Zauberkarte. Boom, boom, verlässt du die ganze Zeit so einen Lebenspunkt. Was? Mein Gott. Match vorbei. Was? Oh, scheiße. Was denn? Nee, in dem Sinne, dann. Jetzt kannst du natürlich in die aller Seelenruhe da rumgucken. Natürlich. Könnte ich. Kommt dann wahrscheinlich in der letzten Runde dann Rageki. Bam, alle weg. Mhm. Hm. So. Muss ich mir noch schnell was überlegen, ob ich da dran vorbeikomme. Funktioniert nicht. So. Bist schon kleiner Ratsch. Bring. Machen wir erstmal das da. So. Jetzt kann ich mich wieder so tun. Sehr gut. Wollte ich jetzt nämlich auch. Hat mich jetzt gar nicht geärgert, die Karte. Ausnahmsweise mal. Aber Mist, jetzt funktioniert die wieder. Scheißdruck. Jetzt muss ich nur mal schnell was schauen. Und zwar... Das kann funktionieren. Muss ich schauen. Schauen wir mal in den Sigma-Schuh, gell? Du Dreck so, jetzt drehst du das um, oder? Nein, ich mach so viel Geileres. Das ist schon ein kleiner Dreck, so. Ach, ich so ein Dreck? Das langt immer noch nicht. Ja, ja. Bloß. Ganz mühe umsonst. Ich hab ein ganz anderes Problem. Hm. Nee. Was denn? Weil ich komplett verkehrt auch gemacht hatte. Ich hab nämlich... Ich hätte den nicht aktivieren dürfen. Jetzt hab ich's doppelt getauscht, dass er wieder nur 500 hatte. Sonst hätte ich den Watt-Tail-Traggen auch noch angreifen können. Ne? Machst du was? Machst du was? Hä? Machst du was? Was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Könnte sein. Der Watt-Tail-Traggen steht auch so da. Fett. Regeln. Die stellt einen Verstoß der Stufe 6 dar und wird mit einer Inhaftierung von nicht weniger als 250 von der Sonnenkreisung geahndet. Was? Ja, was auf dem Watt-Tail-Traggen draufsteht. Direkt anschauen. Wieso kann ich den Dicken hier anschauen? Ach, jetzt. So, wenigstens etwas. Zum Schutze. Schutzeschild. Mein Wallo. Mein Kavallo. Don Kavallo. Sicher ist sicher, ne? Ich glaub, das gilt wieder nicht, gell? Ja, das war mir klar. Ich hätt's selber machen müssen. Ja, weil's gleich zerstört wird. Ja. Vollgefickt jetzt. Dies bedarf einer Remarche, weil das war, glaub ich, zu schnell. Und ich guck mal nach. Ja, das langt noch. Da kann man noch eins dranhängen, ein Match-Duell, sozusagen. Gleiches Deck. Bing. Mir wurscht. So, dann gibt's das gleiche Deck, ja. Bing. Före ich mal wieder an. Ach so. Ja, so. Was willst du denn? Ach, jetzt krieg ich auch mal diese Karte. Die hab ich ja noch nie gehabt. Meine Fresse. Was denn? Eine Karte, die ist in dem Deck, aber die hab ich noch nie gezogen. Bis jetzt. Noch nie nicht? Nein. Ernsthaft nicht oder ironisch nicht? Noch nie. Das ist das Blöde. Wow. Aber keine Vier-Sterne-Monster? Ha? Nein. Kleiner Wichser, oder? Das für'n Bullshit. Jetzt kommen wir, jetzt brauche ich mal ein Monster. Was war so klar? Komm, Mutti braucht mal die Schuhe, hä? Ja, weil wir doch den Scheiß abwerfen. Ja. Ich krieg den gleichen wieder. Ha, ha, ha. Saft. Ich glaub, das wird gleich noch ne Worscht, oder? Ha, 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 ha. Naja, na gut. Dann lassen wir das mal so stehen. Ähm. Wat? Äh, ich bin der nicht. Schau mal, das kostet mir wahrscheinlich was. Leider nicht. Achso. Aber ich seh deine Karte trotzdem. Schön. Uuuuh. Ja, wow. Total. Das ist gern. Mhm. Uuuuh. Wechsel. Ja gut, das war jetzt vielleicht nicht ganz so nötig, aber... Ja. Besser ist besser. Voll sinnvoll, die Karte. Das ist gern, wie das auf die Hand zurückkommt. Oh ja. So. Wieso? Fallgrube ist nicht schlecht. Ja, aber es macht jetzt nix. Alles nicht gescheit. Achso. Schaut scheiße aus, würde ich sagen. Fittig? Mhm. Wirklich? Ja. Mhm, mhm, mhm. Das ist der Fick gleich aktiviert. Ja, natürlich, gleich wieder der Scheiß. Natürlich, muss ich, ja. Drecksfick. Oh, gleich nochmal. Ja, natürlich, sonst haben wir ja gar kein Monster. Ist das Problem. Ach, du musst jetzt in eine Angriffsposition, oder? Beschwören. Ja. Ist leider das Problem. Was denn eins? Ja, heule. Wein. Tu halt noch mehr Wein. Wenigstens kostet es dich dann auch immer Lebenspunkte. Also der Effekt geht mir echt sowas für auf den Sack, ey. Achso, echt? Ja. Hm. Hm. Guck mal rein. Kleiner Drecksau. Bing. Geul, gell? Voll geil, ja. Fickse. Ach, bin ich doof. Eigentlich schon, ja. Ich hätte da mehr rausholen können aus dem Zug. Blöd. Ey, die hat ja 1800, 1800. Das ist ja voll die Frechheit eigentlich, wenn man sich's recht überlegt. Ja, schon, geil. Das hab ich mir auch schon gedacht. Und es ist ja auch noch Licht. Das heißt, die passt zum Deck. Mhm. Achso, das ist so ein Lichtdeck. Ja, das ist ein Lichtdeck. Mhm, mhm. Alles klar. Und nun? Das ist wahrscheinlich dieselbe Karte, oder? Du hast diese Karte gewählt, gell? Die mittlere. Die mittlere von zweien, oder? Ja, das hat immer nix gehört. Das ist halt ein ganzer Zeug auf der Hand, ne? Ja. Und? Mei. Ist mir doch scheißegal. Ich kann eh nix als Tribut beschwören. Außer, das sind schon wieder... ... ... ... ... ... ... ... Schaden. Gleich noch einkaufen machen. Vier, jetzt haben wir vier Ketten. Kriegt ihr noch einen, der geht nicht. Schade. Gut, dass du sie nicht aktivieren konntest. Oder hat sie sie jetzt aktiviert? Hat sie sie aktiviert. Oh, du wechseln. Das ist so gemein, dass ich das dann noch aktivieren kann. Ja, aber das heißt ja nicht annulieren. Ja, aber ich meine, dass... ... ich wähle eine Karte, die ich von dir zerstören will, ... und dann kannst du die noch selber... ... ähm, quasi aktivieren. Naja. Naja. Immerhin. Und was kommt jetzt? Raigeki. Hohohohoho. Los. So, jetzt pass auf. Weißt du, was wird denn das jetzt? Da, du wichst, da macht gleich alles wieder kaputt. Jetzt habe ich viel Last davon. Das geht auch. Zwei Stück. Du hast gleich natürlich beide hier. Jull. Alles kaputt. Fick dich. Das kannst du jetzt aber nicht kaputt machen. Puff. Doch. Sorry. Du Wichser. Ich hatte so einen schönen Plan, ey. Ja, war wohl nix. Wer will nix. Guck mal, was ich kann. Los, komm schon, greif an, mach's kaputt. Da kann ich früher angreifen. Hä. Hä, wieso? Wenn ich da, als wenn man zwei in Karten zerstört werden, dann ist das verräterische Schwerte weg. Los, greif an. Weil was zerstört wird? Verräterische Schwerte. Alle zauberen Fallkarten sind dann kaputt, wenn es durch Kampf zerstört wird. Darum habe ich jetzt die Verteidigung gelegt. Los, greif's an. Dann kann ich wieder angreifen. Hä, wieso kannst du ja wieder angreifen? Ach so. Du bist ein Drecks, ey. Naja, also steht, der frei anzugreifen oder nicht. Cool, oder? Nicht cool. Und nö. Ich schau einfach mal, was das ist. Uh, nichts. Ach, du greifst nicht an. Schau ihn doch an. Ah, geh mal wieder in Angriff kommen. Das ist scheiß Ding schon. Das ist bestimmt schon wieder dieselbe Karte, oder? Weiß ich nicht. Oh, noch eine Runde. Hm. So, wir greifen wieder an. Uh, was ist das wohl für eine Karte? Mhm. Ähm, ähm. Hm, ähm. Aufsteck. Das ist so antäuschend. Battleface! Ach nee, doch nicht. Nun. Das war, glaube ich, ein nächstes Match. Boah, der Wixer. Das ist eine Dreckssau. Pfff. Ja, ja, ist schon recht. Am besten meinen Monster wieder auf die Hand zurück. Das hat jetzt wenig Sinn gemacht. Wixer! Mhm. Oho. Mhm. Oho. Eigentlich wollte ich Hen-Hen ja für dein, 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 äh, sieben-Sterne-Monster, äh, oder wie vieles? Acht-Sterne-Monster nehmen, aber dann habe ich die, den Spalt gezogen. Das fand ich dann doch besser. Jo. Weil es andersrum vielleicht noch besser, sinnvoller gewesen wäre. Erst Hen-Hen und dann dein Spalt. Was, mein Spalt? Erst Hen-Hen und dann... Ja, 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 schon klar. Schwerst du ihn wieder und dann beim Spalt. Du Wixer! Gleich nochmal zwei geopfert, quasi. Das ist richtig. Günther. Günther. Ich kenne keinen Günther. Oh, das Match geht ja doch schon ein bisschen länger. Wie viele Karten hast du eigentlich in deinem Deck, dass du immer noch 39 hast? 12, 13, 14, 15, 16. 12, 13, 14, 15, 16. 16 plus 39 sind 55. 15, 16, 16. Hmmmmm... Auf das Deck. Ö. Um... Ach so, ja, logisch, logisch, klar. Natürlich, was, natürlich. Äh. Hm? Das ist ja schon wieder. Ektoplasma. Sagt dir doch was, oder? Hamas! Hm, nee. Oh, 2,9, 2,9. Cool. Genau, Gleichstand. Ich hab Gleichstand rausgespielt. Jawoll! Ach so, wir wollen kommen, wir uns zu Opfern. Ja, du feige Drecksau. Aber eigentlich hätte ich denen ja Schaden machen können, oder? Ja, aber die Hälfte von den Angriffspunkten, also, ähm, 850. Ich hätte dann in der nächsten Runde 1200 Schaden gemacht. Also so ist nicht, ne? Hast du gedacht? Mhm. Da greifst du mich nicht an? Nein, das kostet so viele Lebenspunkte, und das kann ich mir grad nicht leisten. Das ist krass, ja? Ja. Das ist echt gemein. Zu viel. Zu viele Punkte. Ich möchte anmerken, du kannst nicht angreifen. Ich. Also nicht dieses Verdeckte. Warum nicht? Wegen der Herakos-Finks. Ach so, das kann nur dir eingegriffen werden, oder? Das ist jetzt schon wieder für'n Scheiß-Effekt. Ach so. Soll. Ja, bitteschön. Uh, toller. Perfekt. Ja doch, das bringt schon was. Für nächste Runde dann, wenn ich ziehe. Warum kann ich das nicht aktivieren? Weil du zu doof bist. Was bringt dir das? Eigentlich gar nichts. Ich wollte eh nicht angreifen. Keine Ahnung. So kann ich das nicht. Na ja. Komm schon, gib mir die Mega-Fels-Drache. Da kann ich nicht. Scheiße. Unter das Deck. Uh. Was legst du da dauernd unter das Deck? Das darf ich doch. Durch das Mariach, wenn der beschworen wird, oder Flip beschworen wird, oder alles, kann ich mir beim nächsten Braufers die obere Karte anschauen, unter das Deck legen oder aufnehmen. Geht beides. Jo. Hm. Heftiges Map-Map-Map-Metcher. Jo. Oh. So ein Scheiß schon wieder. Noch nicht das schon wieder. Ich hab ihn fertig. Schön für dich. Mhm. So, dann wollen wir mal schauen, wie wir in der nächsten Runde dich fertig machen. Eventuell. Warum? Lass die Karte sehen, dann kann ich's dir sagen. Nein. Los, mach hin, ey. Versteh ich nicht. Kann das sein, dass du so vieles nicht verstehst? Ich kann das nicht machen. Ah, jetzt. Das muss wohl auch sein Test da. Ach, das mit dem Wiederbeschworen aus dem Friedhof dann. Mhm. Mhm. Mh, mh, mh. Ah, schön. Schön. Was ist das jetzt schon wieder? Ist doch schön. Was soll ein Wechsel? Ah, wenigstens ist es noch. Auf der Hand. Auf der Hand. Guck mal, was ich kann. Guck mal, was ich kann. Hui. Jetzt pass auf, jetzt kommt was Lustiges. Guck mal, was ist das jetzt schon wieder für ein Scheiß? Und jetzt hab ich gewonnen. Oh, der Scheißdreckschall. Gieß mir auf den Sack. Ist das so unfair? Guck mal, genau auf null. Nein, minus 100. Ah, nee, stimmt. Der hat zwei. So ein Fixer, echt. Unglaublich. Ich hab noch den Hammerschuss auf der Hand gehabt. Zerstöre das Monster mit dem meisten Angriff. Wie, das hast du jetzt davon. So. Ja. Bis zum nächsten Mal, ey, das. Tschüss.